Hallo, mein Name ist Sebastian Schmidt und ich möchte Ihnen den Flipped Classroom erklären. Kennen Sie das nicht auch? Die Schüler erarbeiten etwas, beziehungsweise man entwickelt etwas im Lehrer-Schüler-Gespräch, aber nur ein Bruchteil der Klasse bekommt wirklich etwas mit, weil ganz viele auf Durchzug geschalten haben oder ein paar wenige für alle reden. Also erklärt man es noch einmal und noch einmal und noch einmal. Derweil langweilen sich die, die eh schon alles verstanden haben und am Schluss bleibt wieder zu wenig Zeit, um das Ganze zu intensivieren. Am Nachmittag sitzen die Schüler dann vor ihren Hausaufgaben und sind überfordert oder kommen schnell nicht weiter. Aber dank WhatsApp ist die Hausaufgabe ja nur ein paar Klicks entfernt. Abschreiben war noch nie so einfach. Der Flipped Classroom dreht den traditionellen Unterricht nun wortwörtlich um. Der Lehrer verwandelt das, was er den Schülern fachlich beibringen soll, zum Beispiel in ein Lernvideo. Dabei bleibt im besten Fall der Schüler nicht nur bloßer Betrachter, sondern er wird zum Beispiel mit einem Quiz selbst aktiv. Und das Beste daran, er kann das Video anschauen, wann er will, wo er will und wie oft er will. Und der Lehrer ist immer gut drauf, egal ob er ihn schon zum zehnten Mal vor- und zurückgespult hatte. Das befreit den Lehrer im Klassenzimmer aus seiner zentralen Rolle und der Unterricht kann schülerzentriert geöffnet werden. In zahlreichen Übungs- und Sozialformen können sich die Schüler kooperativ und kommunikativ mit der Thematik auseinandersetzen. Und wenn mal jemand nicht weiter weiß, gibt es ja zahlreiche Helfer im Klassenzimmer, die gerade die Schwächeren unterstützen können. Der Lehrer hat jetzt mehr Zeit, sich um den Lernfortschritt Einzelner zu kümmern und kann sich intensiver um individuelle Zugänge bei einzelnen Schülern kümmern. Und die Schüler lernen gleichzeitig, Verantwortung für ihr Lernen zu übernehmen. Für mich gibt es zahlreiche Möglichkeiten, ein Video im Unterricht einzumsetzen. Zum Beispiel in Form einer Station bei einem Lernzirkel. Oder als Wiederholung für einen Schüler, der gerade individuell an einer Stelle nicht weiter weiß. Oder als vorbereitende Hausaufgabe, mithilfe eines Erklärvideos den Unterricht zu öffnen. Oder als vorbereitende Hausaufgabe mit einem Impuls- oder Aufgabenvideo, der Schüler setzt sich mit der Thematik bereits auseinander und präsentiert seine Ergebnisse im Unterricht. Oder als nachbereitende Hausaufgabe, als Ergebnissicherung von dem, was im Unterricht erarbeitet worden ist oder auch als Verbesserung von dem, was im Unterricht hätte gemacht werden sollen. Oder auch als Kombination aus beiden, ein Impulsvideo zur Vorbereitung und ein Erklärvideo zur Nachbereitung. Oder man lässt Schüler einfach selbst Videos erstellen, damit sie digital kompetenter oder fachlich kompetenter werden. Wann man also ein Video einsetzt, hängt von der Thematik ab, hängt von den Schülern ab und hängt natürlich auch von fachdidaktischen Überlegungen ab. Wenn der Lehrer ganzheitlich nach dem Flipped Classroom Konzept arbeitet, entsteht so im Laufe des Jahres ein digitales Klassenzimmer oder eine neuartige Form eines Lernbüros. Dadurch, dass alle Materialien zur Verfügung stehen, kann ein Schüler immer wiederholen, egal ob er krank ist, Stunden verpasst hat oder sonst irgendwelche Gründe hatte. Das entlastet das Lehrer-Schüler-Verhältnis, aber auch das Lehrer-Eltern-Verhältnis. Flipped Classroom, ein pädagogisches Konzept, das mit neuen Medien den Unterricht schülerzentriert öffnet und vor allem sinnvoller und effizienter macht. Digitales Lehren, um mehr Zeit für seinen Fachunterricht zu haben und mehr Zeit für digitales Lernen zu haben. Probieren Sie es einfach aus. Erstellen Sie selbst ein Erklärvideo oder nehmen Sie einfach eines der zahlreichen auf YouTube vorhandenen Erklärvideos zum Unterricht her und setzen Sie es sinnvoll ein. Sie werden es nicht bereuen. Flipped Classroom, sei du selbst die Veränderung.